So, wo geht's hin, Marc? Ja, wir fliegen jetzt nach Grönland. Erstmal nach Sonderburg und dann nach Iliusat. Ja, dann... ...deine Püste. Achter Meter bergab. Auf zum großen Hüpfer. Genau. November 1340, Mike. There was some discrepancy in the filing. The Flight Data Specialist is gonna contact ASFBO, and they will work out something for you, but there might be a slight delay. November 1440, Mike. Okay. November 1340, Mike, roger. Taxi to Holding Point runway 19 via Alpha. 19 via Alpha. November 1340, Mike. November 1340, Mike. November 1340, Mike. When you are finished with your checklist, contact Reykjavík Tower, 118.0. 1180, November 1340, Mike. Reykjavík Tower, November 1340, Mike. Holding Point, Alpha runway 19R, ready for departure. November 1340, Mike. Reykjavík Tower, hello again. Line up and wait. Line up and wait. Line up and wait. Further, Mike. November 1340, Mike. Wind 180 degrees, 6 knots. Runway 19R, cleared for takeoff. Runway 19R, cleared for takeoff. Further, Mike. Takeoff power. Airspeed alive. Instruments green. 60 knots. 70, 75, rotate. No. No. 1340, Mike. Contact, approach now. 119.0. 119.0. 119.0. 40, Mike. Approach control. Good day. November 1340, Mike. Passing altitude 1700. 7100, climbing, flight level 200, inbound Zoria. Lombel 1340, Mike, gebelang approach, good day, irrigate approach, identified, flight level 200, cleared direct, sure. Climb flight level 200, cleared direct, Zoria, 40, Mike. Direct Zoria. Super, wir sind schon aus den Wolken raus. Ging ja schnell. War ganz schön warm hier drin, Luf. Das ist ja schön, aber hier draußen. Steigen jetzt auf 20.000, ne? Ja, der macht das extrem ruhig, das Flugzeug. Ja, jetzt Flughöhe haben wir erreicht. 20.000 Fuß. Erste Position Report haben wir abgegeben. Das ist eure Dauerkontrolle. 1225, flight level 120, estimated 67 north, 30 west, time 1326, next 28 north, 40 west, November Delta Charlie. Eine ruhige WMIT, ne? Das ist die Norember Delta Charlie, das Radio. ZEAG, in your next after 301. November 1340, Mike, Position. November 1340, Mike, Iceland, Rachel, go ahead. November 1340, Mike, Position 65 north, 030 west, at 1248, flight level 200. Estimating WMIT, estimating WMIT, estimating WMIT, 1340, Mike, Iceland, Radio, copy, 65 north, 30 west, 1248, flight level 200. November 1340, estimating WMIT, estimating WMIT, 1340, testa Alpha is next, report WMIT, on this frequency. November 1340. November 1340, Mike, readback, correct, Wilco. 1340. Was heißt Wilco? Wilco confirm. Wilco confirm. Okay. Du sagst jetzt immer den nächsten und den übernächsten an, ne? Den nächsten mit der Zeit. Ah, und den übernächsten ist die. Übernächsten, nur welcher der nächste ist. Da ist dann schon Grönland-Festland. Man meldet sie nicht ab bei Iceland, ja, und man meldet sie bei Grönland-Festland. Sagen die mir. So. Wenn sie es mir nicht sagen, weil ich nicht meine Reichweite bin, mache ich es, wenn ich es für richtig halte. Also. Also in einer Stunde sind wir in Grönland am Festland. Genau. Dann haben wir Land in Anführungsstrichen unter uns. Werden wir aber wahrscheinlich erst mal nichts sehen bei der geschlossenen Wolkendecke. Die haben mich jetzt nicht gehört, also habe ich auf COM2 die eingedreht, auf die Schnelle. Weil COM2 ist bei der Columbia in der Regel besser, weil das nicht durch das Fahrwerk abgeschottet wird. Islundradio, November 1340 Mike, position. November 1340 Mike, Islundradio. November 1340 Mike, position Delta Alpha at 1340. November 1340 Mike, flight level 200, estimating Masik at 1410, next P-Bagel. I see Greenland. Islund. Ja, da ist Greenland. I see it. November 64717 Astridio. Telefon aktiviert. Sehr Shy Catholic. stattkommen. Vielleicht morgen, oder? In der Vorhersage 600 Meter Sicht, Fock. Vertical Visibility 200 feet. Und das TAF ist auch nicht so billig besser. Aber man sieht da wirklich, da sind keine Wolken unter uns. Das ist Eis. Eis und Seen. Genau. Das ist eine Sehende, ne? Was soll ich sehen kann, du? Super, ne? Geil! DER 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 Nürnberg, Fasio, Mike, descent 5000 feet. Nürnberg, Fasio, Mike. Nürnberg, Fasio, Mike, turn left by one zero degrees, vectors for downwind, report new heading. Nürnberg, Fasio, Mike, turn left by one zero, welcome, Nürnberg, Fasio, Mike. New heading is 300, Nürnberg, Fasio, Mike. 300, thank you. Jetzt haben wir das heading, jetzt habe ich auf heading gestellt, Autopilot ist an, aber auf heading. So, jetzt wektort der uns nach links und er wollte wissen, er hat nur gesagt, 10 Grad nach links und jetzt wollte er wissen, welches heading. So, ich stelle den auf den CDI um, das ist jetzt die 109,5, check, 155, mal durch, Approach-Briefing habe ich gemacht, Altameter haben wir gescheckt. Fuel selector, ja, den will er haben, setzen wir auf den Fuel, haben wir eingestellt. Wir haben den 155 Landingglight, machen wir auch ein, Karten, 155, 159 Crosscheck. Okay. So, der ist jetzt drin, das ist sozusagen nachher, den wir erfliegen müssen. Hier. Nürnberg, Fasio, Mike, Frontage, keep up the speed. Keep up the speed, N, N, R, Fasio, Mike. N, R, Fasio, Mike, do your traffic, can you accept? 14, Mike, fine. N, R, Fasio, Mike, accept. Roger, turn right heading 360 for base. Right 360 for base, 911, we're going to make it. Norddeutscher Rundfunk Nr. 1340 Mike, descend to the correction, turn right heading 055, cleared localizer, Post 1909. 055, cleared localizer, 0940 Mike. Nr. 1340 Mike, contact Senator Tom Tower on 108.3. 108.3, Nr. 1340 Mike, danke, bye bye. 109. Thunderstorm Tower, good day, Nr. 1340 Mike, establish localizer 09. Nr. 1340 Mike, good day, continue approach, 011. Continue approach, Nr. 140 Mike. Nr. 1340 Mike, cleared localizer, runway 09. Wind is 180 degrees, 3 knots. Nr. 1340 Mike, cleared localizer, 09. Get 660 halfway there. Hold on, hold on. October, mid to the 134 nyape z wounds hr 50 r det Laurent yesterday und ichos gebiet du cyfe drehen 52 Minuten jeder ч Das war's für heute. Das war's für heute.